Der baupolitische Sprecher der Unionsfraktion, Lutschak, warnt vor der geplanten Verabschiebung des Jahressteuergesetzes im Bundestag vor versteckten Belastungen für Eigenheimbesitzer. Das berichtet der Deutschlandfunk. Die Abgaben bei Schenkungen und Erbschaften würden massiv steigen, da SPD, Grüne und FDP die Freibeträge nicht entsprechend erhöhen wollten. Das sei eine Steuererhöhung durch die Hintertür. Lutschak fordert, die Weitergabe eines Einfamilienhauses oder einer Wohnung innerhalb der Familie müsse weiterhin größtenteils steuerfrei möglich bleiben. Untertitelung des ZDF, 2020